Manchmal im Spiel mache ich auch Fehler, wovon ich denke, hey, hast du eigentlich kurz nachgedacht? Da wäre es halt auch nicht passiert, aber das ist auch ein bisschen mein Spiel. Ich weiß auch, dass ich manchmal technische Fehler mache oder dass ich halt mal zu schnell bin für meinen Gedanken. Aber ich glaube, das gehört auch zu meinem Spiel. Dann wäre es auch wahrscheinlich die Spieler, die ich jetzt bin.